Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Hallo Leute, heute machen wir wieder einen Fahrfilm, mal wieder was Internationales, und zwar den EC 114-115 A Ballet, der in den 90er Jahren von Zürich über Basel-Müllhausen bis nach Paris gefahren ist. Viel Spaß damit, Like und Abo nicht vergessen, ciao! Auf Wiedersehen! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Binario 2, Interregio per Canelanzo, Locarno, partenza alle ure 10.54. Prima classe, Settore, B e C. Seconda classe, Settore, C e D. Gleis 2, Interregio, nach Canelanzo, Locarno, partenza alle ure 10.54. I. Klasse, Settore, B e C. Seconde classe, Settore, C e D. I. Klasse, Settore, B e C. 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 2. Klasse, Settore, B e C. I. Klasse, Settore, B e C. I. Klasse, Settore, B e C. I. Klasse, Settore, B e C. Klasse, Settore, B e C. Settore, B e C. Settore, B e C. Settore, B e C. 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 B e C.